Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem... Blöde Maske. Hallöchen liebe Zuschauer und willkommen zu einem Star Wars Giveaway. Vor genau einem Jahr kam die allererste Folge mit der guten Sith Jedi Jaffin raus und inzwischen hat sie über 500 treue Begleiter auf ihrem Weg durch eine weit, weit entfernte Galaxis. Da wir uns tierisch freuen, wollen wir natürlich auch euch etwas Gutes tun. Es gibt ein Gewinnspiel mit zwei Kategorien. Zeigt uns das, was euch an Star Wars The Old Republic am besten gefällt. Einmal als Bild und einmal als Video. Steffi, ich und die anderen Let's Play Teilnehmer küren dann den Sieger. Zu gewinnen gibt es, haltet euch fest, jeweils 2400 Kartellmünzen. Der Einsendeschluss ist der 5. Mai 2013. Alle weiteren Infos zur Teilnahme findet ihr in der Videobeschreibung, also liest sie bitte gründlich. Vielen Dank für ein Jahr Treue und auf eine gute Zeit in SWTOR. Stay frosty!